Hallihallo Freunde und ich habe eine kleine Ankündigung zu machen. Ich habe mich entschieden, dass es für euch wahrscheinlich ziemlich lame ist, wenn ihr mir hier die ganze Zeit zugucken müsst, wie ich über Dächer klettere. Deswegen werde ich die Passagen jetzt zum größten Teil rausschneiden. Nur wenn mir mal irgendwas Witziges passiert, ich irgendwie in irgendwelche Wachen krache und dann werde ich nochmal die Aufnahme nochmal schnell starten. Oder wenn ich irgendwie einen Turm hochklettern will, einen Aussichtspunkt erkunden oder irgendwie sowas, dann werde ich das nochmal anmachen. Gut, nur, dass ihr das mal wisst. Karte, 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 Karte. Hier, Karte. Wir müssen jetzt... What the... Warum zoome ich? Was ist... What the... Zurück, so. Ich kann gerade irgendwie nicht... Ah, jetzt geht. Also, wir müssen jetzt zum Partisanen. Wollen wir da nicht schon? Oder gibt es mehrere Partisanen? Moment. Ich verstehe gerade nicht, warum mein Gamepad gerade so komisch ist. Partisanen. Achso, wir müssen eins von sechs. Wir müssen zu sechs verschiedenen. Ja, dann ist gut. Dann, ähm, machen wir das mal eben. Und ich muss mein Gamepad einmal rein und raus stecken. Rein, raus. Wow. Ähm, na gut, jetzt macht er wieder. Ähm, ja gut. Dann sehen wir uns, wenn wir da hinten sind. Tschüss, tschüss. So, ich bin angekommen. Jetzt, äh, wo war war? Wo sind wir jetzt? Äh, ich gehe mal vielleicht auf die Bank, oder? Ne. Hm, ich bin an... Au, 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 au. Müssen wir irgendwo hochklettern jetzt wieder? Hm? Diese Ziel, dieses Zielfindungs-Dingsbums, keine Ahnung. Egal, keine Ahnung. Äh, wau, 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 wau. Fleck dich hier nicht auf die Fresse. Wow. Und jetzt? Kannst du da hochgehen, oder? Oh Mann, das ist zu blöd dazu. Wow. Dann klettert er halt da hoch. Jetzt haben wir uns wieder total von unserem Ziel entfernt. Äh. Äh. So. Ich schneid mal eben raus, bis ich da bin. So, Leute, ich hab mich entschieden, jetzt mal, äh, hab ich... Oh Mann, ich hab nicht verstanden, wie man, äh, das da hinten macht. Aber ich hab mich jetzt dazu entschieden, einen Aussichtspunkt zu machen. Also zu erkunden, damit ich dann irgendwie weiterkomme. Aber, wow, ich bin jetzt ins Nobelviertel gegangen. Und, ja, ich bin entdeckt worden. Dafür muss ich mich jetzt erst wieder verstecken. Okay, 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 wo versteck ich mich jetzt? Äh. Ah, Heuhaufen, Heuhaufen. Oder auch nicht. Ah, Bank. Bank ist gut. Uuuh. Äh. Äh. Wo geht's jetzt hier hoch? Ah, da geht's hoch. Hm. Da ist ne Leiter. Okay, Sichtkontakt ist schon mal verloren. Ist gut, ich spring jetzt einfach schnell... Ah, nee, das ist kein Heuhaufen. So, leise. Und unauffällig. Scheiß Dreck. Dann bin ich jetzt dazu gezwungen zu kämpfen. Die sehen irgendwie anders aus. Jetzt macht's schon... Hier ist so wenig... Viel zu wenig Platz zum Kämpfen. Fällt der jetzt wenigstens da runter? Ähm. Ja. Ach, Mann, ey. Das ist doch lame. Nause. Jetzt hat er mich sogar noch runtergeworfen. Jetzt kann ich mich aber schnell verstecken, wenn ich will. Rein mit dir. Hier. Brrrr. Schon weg. Gefahr gedämmt. Ja. Gut. Dann... Versuche ich jetzt nochmal neu auf dem... vorsichtig auf den Turm zu klettern. Oh, jetzt darf ich da nicht rein, ey. Oh, hier. Oh, hier. Keine Zwie nix hoch. Nein. Oh, Mann. Ich mach weiter, wenn's... Da bin ich da. Oh, das hier ist schon der Aussichtstor. Punkt. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Bogenschätze. Nicht gut. Gar nicht gut. Schnell verschwinden. Schnell nach oben. Oh, kletter schneller, du. Wow, 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 wow. Fieser Spitzname für ein Assassine, du. Möchte gern Mönch. Zweimal M. Uh, uh, Mario. Nein. Gar nix, Mario. Synchronisieren. Ich hoffe, jetzt haben wir endlich ein neues Ziel gekriegt. Okay. Uh, und jetzt? Irgendwas Neues auf der Karte? Wo wir da hin können? Was haben wir da? Bürger retten. Aber hier, das hab ich nicht verstanden, was man da machen soll. Ah, gehen wir einfach zum nächsten Aussichtspunkt. Gut. Tschü, tschü. Ich hab mich nochmal eben schnell entschieden, nochmal jemanden zu retten. Und zwar diese nette Frau da hinten. Deswegen retten wir sie jetzt einfach, weil wir sozial sind. Wir haben schon mal bewiesen, dass wir Zivilcourage haben. Davon gibt's hier viel zu wenig in der Welt. Also retten wir diese nette Frau. Zack, zack. Und die Wachen stellen sich zum Glück dieses Mal ziemlich dumm an. Und der Kampf ist irgendwie aus irgendeinem Grund ziemlich einfach. Gut, haben wir eine kleine Frau gerettet. Ist doch, sind wir nicht lieb? Ich danke, ich danke euch. Ja, ja, wäre geil. Gern geschehen. Sehr gut. Ah, was? Ach so, da... Was ist jetzt? Warum hat er sich mit dem geprügelt? Oh, Mann. Man hat ja hier kaum Zeit, sich das Ohr zu kratzen. Oh. Warum helfen die mir jetzt aus irgendeinem Grund? Keine Ahnung. Ich melde mich wieder, wenn ich da hinten beim Aussichtsturm bin. Tschüss. Oh, und jetzt erklimmen wir den Aussichtsturm. Oh, da, da, da. Ähm, oh, Mann. Wie lange wäre diese Folge eigentlich geworden, wenn ich jetzt alles noch, was ich gelaufen bin, mit reingenommen hätte? Sehr lange. Oh, eine Glocke. Dong. Ich mag Glocken. Der Typ will da trotzdem hochklettern. Ich will nicht meckern, aber irgendwie lässt sich das mit Tastatur und Maus besser steuern. Vielleicht bin ich es auch einfach nur nicht gewöhnt. Und ich muss mich da... Wehe, du... Honk, springst du jetzt? Was? So, runter. Auf dem Kreuz sitzt ein Assassine und balanciert und guckt sich die Gegend an. Unbelievable. Gut. Wau, 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 was ist das denn? Ein komischer Mund. Wo kann ich jetzt hier runterspringen? Ich sehe gerade keinen Heuerhaufen. Das ist klein, aber hier irgendwo muss ja einer sein. Ah, da hinten. Ups, oder nicht da hinten, sondern da unten. Okay, aber ich sehe da hinten ist irgendwas hier. Seht ihr? Da, wartet. Da, der komische Mund. Belauschen. Belauschen wir, Leute. Dann haben wir sogar eins. Er hat geschrieben, eins von zwei müssen wir haben. Also zweimal Informationen sammeln. Auch 26, da muss ich nichts schneiden. Hier, guck mal, guck mal, guck mal. Ist das nicht doof? Die merken nicht, dass ich einfach eben mal schnell eben über die Mauer gesprungen bin. Belauschen. In der Kirche, oder wie jetzt? Auf der Kirche, in der... Ähm, Moment. Alles zeigt... Ja, in die Kirche müssen wir rein. Gibt es irgendeinen Heimhausgang, oder kann ich da einfach so rein? Ich will da rein. Irgendeine Möglichkeit. Irgendwer, der mich reinschmuggeln will. Gut, dann eben auf die harte Art und Weise. Okay, dann... Eben auf diese Art und... Zack. Mit Kontern geht das ja alles sehr, sehr schnell. Ich muss zugeben, dass Kämpfen geht mit Gamepad deutlich leichter als mit Maus. Zack, guck, wie schnell das geht. Zack. Greift er auch mal an. Ist sonst lame, hier. Möchtegern, Kämpfer. Ich will auch mal irgendwas machen. Wumms, die Gewumms. Und wen müssen wir jetzt vielleicht belauschen? Es ist da Panik. Achso, die da hinten. Gut. Setz dich auf die Bank, du. Alle schreien und ich kann trotzdem belauschen. Das ist doch eine Bank. Warum setzt der sich da nicht hin? So. Vielleicht muss erst die Panik vorbei sein. Ah ja, doch. Die sitzen da so seelenruhig. Ah, jetzt geht's. Oh, die Frau. Guck mal. Wie aus dem Wild du nervst. Gut. Brave Frau. Boah, ey, die Massenpanik, ey. Nein, er ist nicht geflohen. Wie meint ihr das? Hast du vergessen, was aus den Angreifern wurde? Sie wurden von unseren Bogenschützen gefällt. Unseren Bogenschützen? Er war's. Allein. Du meinst, er hat uns gerettet? Ja, er lief auf höheres Terrain und tötete sie alle mit seinem Bogen. Das, das wusste ich nicht. Dieser Mann ist ein Meisterschütze. Merkt euch meine Worte. Und er meint. Und jetzt können wir wieder zurück. Ja, wir müssen zurück in die Assassinen. Dann mache ich hier nochmal einen kurzen Schnitt und wir sehen uns wieder, wenn ich da bin. Tschü tschü. So, ich bin da. Uh. Ich muss da runterspringen und nicht so komisch. Uah. Oh, jetzt sind wir da. Okay. Uh. Hallo. Sei höflicher. Mission. Und jetzt. Komm, sag was. Er handelt mit Menschenleben, entführt Bürger Jerusalems und verkauft sie in die Slaverei. Oh Mann. Wieder so ein ganz, ganz Böser. Just in diesem Moment bereitet er eine Karawane vor. Ich schlage zu, wenn er sein Lager inspiziert. Wenn ich seinen Männern ausweichen kann, sollte Talal selbst kein großes Hindernis haben. Talal heißt unser nächstes Apfer. Kein großes Hindernis? Hört euch an. Wie arrogant. Sind wir fertig? Seid ihr zufrieden mit meinem Wissen? Nein. Was denn noch? Aber es muss reichen. Na gut. Dann sag nicht solche komischen Aussagen, die einen nochmal denken lassen. Wow, ich muss noch was machen. Oh Mann, oh Mann. Dann haben wir schon... ...verreitet euch vor. Weint still in der Ecke. Tut, was ihr immer tut, bevor ihr... ...unsern Zweiten. Aber tut es leise. Wir tun es leise. Ja, machen wir doch immer. Bumm, bumm, bumm. Ja gut. Dann sag ich mal... ...mache ich hier erstmal eine Pause. Also ich finde mit dem Schneiden und so, das ist jetzt ganz annehmbar. Also ich glaube, das ist jetzt für euch auch interessanter. Wenn ich jetzt immer die ganze Zeit über Dächer springen muss, ist das auf die Dauer langweilig. Und wir haben in dieser Folge wirklich viel auch mit den Schnitten mehr geschafft. Sonst hätten wir wahrscheinlich zwei Parts für gebraucht. Ich finde das so besser. Also, tschü tschü. Bis zum nächsten Mal.